Die Badesaison 2020 hat bereits begonnen. Die Urlaubszeit steht kurz bevor. Die Schließung der Schwimmbäder seit März hat dazu geführt, dass das Training ausgefallen ist. Die schwimmerische Grundfitness konnte so nicht weiter trainiert werden. Aufgrund der Wiedereröffnung der Badeanstalten unter Auflagen werden die freien Badegewässer, unsere Flüsse und Seen stärker von Badegästen besucht werden. Freie Badegewässer sind unbeaufsichtigt und können auch durchaus Gefahren mit sich bringen. Gerade in diesem Jahr ist es besonders wichtig, dass Sie aufeinander achtgeben. Achten Sie auf sich selbst, achten Sie auf Ihre Mitmenschen, achten Sie auf Kinder, damit die Badesaison 2020 auch wieder eine sichere Badesaison wird.